Einen Roboter, der fast jeden Elfmeter hält, den haben junge Forscher der Universität Stuttgart entwickelt. Im Ideenpark auf der Stuttgarter Messe darf jeder gegen die Maschine antreten. Doch nicht nur die Besucher, sondern auch die Profis fordern den Roboter zum Duell heraus. Heute waren es sogar Weltmeisterinnen. Diesmal soll das Runde gerade nicht ins Eckige. Goliath, der erste automatisierte Torwart. Er bewegt sich auf einer Schiene. Kameras helfen, den Ball zu erkennen. Studenten der Universität Stuttgart haben Goliath entwickelt und gebaut. Das Herzstück ist ein Rechner. Er kalkuliert, wo genau der Ball im Tor auftreffen wird. Goliaths Bilanz erhält fast 90 Prozent. Doch sie wollen ihn überlisten. Die Spielerinnen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Immerhin haben sie ihren Weltmeistertitel 2007 erfolgreich verteidigt. Und das ohne Gegentor. Beim Kampf gegen den Roboter sind technische Feinheiten gefragt. Also ich habe gehört, man soll den Ball irgendwie anschneiden. Weil mit dem Ball rechnet er nicht. Goliaths Schwäche sind tatsächlich Bälle mit Drall. Bei harten Schüssen muss der Roboter innerhalb von 400 Millisekunden reagieren. Das Duell Mensch gegen Maschine. Ich hatte echt gedacht, so schwer wird es wohl doch nicht werden. Aber echt, der kommt in jede Ecke. Echt top. Für Goliaths zwar kein WM-Titel, aber heute klar der Sieger. Vielen Dank.